ja hallo meine lieben freunde des gepflegten netzplains der zockern des hockens und meine liebe community hier ist wie auch mal euer dema die kuh mit der 78 folge von badminton ja schon 78 wird ein langzeitprojekt ja wir müssen ja noch den generator ausschalten dann machen wir doch mal treffer treffer nicht treffer 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 nicht treffer und großer treffer dann wollen wir mal hier auch noch ein bisschen code reinbringen war den code knacken ah mal gucken wo kriege ich eigentlich das ist dieses egging gerät her das hätte ich gerne und ruft doch auch gleich hast du dich weißt du wie sehr ich dich hasse ich hasse ich so sehr das steppte bär ok 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 hehehe he klar du kannst mich nicht verarschen entschuldigung damit welche fertig also zurück wir laufen zurück wenn wir nicht ha ich habe die geist idee überhaupt badmobile du bist am start hatte ich jetzt ein hier und spiel spieler wird beide wird beide wird ja werden wir ruhig einen kleinen topoboose füllen gehen weiter komme ich mit der winde nicht aber ja mal eben nach eben ja 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 Oh. Okay, dann in eine andere Richtung. Immer noch nicht. Okay, Gubi! Gah, Gah, Gah! betten und hier kommen die leute leicht erschrocken gerade und eigentlich so fest ja weiter kommst du nicht ja ja schnauze so wusch ach und da kam ich stimmt da muss ich wohl mit dem bett mobil erstmal stromkasten aufmachen alle ab gelb und grün ja badmobile ja aber dieser tunnel führt in die falsche richtung durchsuche alle pläne die du finden kannst ich tue was ich kann versuchen sie sich nicht zu verlaufen ich soll mich nicht verlaufen ich nehme lieber das wettmobil ich bin doch nicht blöd hier wozu habe ich das zwingt ja komm schneller die muss man echt mal waschen hier na los schneller 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 wir wollen noch mehr teller das hat mich zwar nicht geheimt aber scheiß auch so los geht's bett mobil halt alles aus aber so einen kleinen hügel kann ich nehmen verarschen so so geht doch ok ihr wollt mich doch echt verarschen und ich fahr wieder weh meine besenkte sau ouch das tat weh und weiter geht's wo bei sowas mehr gas geben gesagt getan äh äh 4 Euro äh 4 Euro äh jaba äh ich habe gefreut ob es das in schwarz gibt aber dann wärst du bloß neidisch geworden alter du dachtest doch nicht dass ich vor und drehe oder nein das weißt du doch besser wer zu Boden fällt muss sich wieder aufraffen das habe ich von einem alten Freund gelernt alter ja ja so hätte es nicht enden sollen Batman ich hatte gehofft du würdest dich mehr wehren fuck you so oh man ey die Mission lebe ich jetzt schon ich brauch nen Schluck hm ja jawohl oh jawohl es gibt keinen Ausweg ich fürchte der Ausgang aus diesen Tunneln wird durch den Hakenneid kontrolliert dann muss ich kämpfen Panzerung und Bewaffnung des Batmobils in diesem Fahrzeug nicht gewachsen ich aber schon ich finde eigentlich du hältst mich nicht auf du wirst hier unten sterben allein im Dreck stell dich Feindling ne ich stell mich nicht ich habe Angst komm raus sofort du kannst nicht entkommen ah ihr habt die doch nicht male wo bist du da wo du nicht bist da wo du nicht bist hier ist immer noch Sprengstoff mit Ausgrabung du kannst sie dich von mir verstellen komm doch komm doch ich warte hier auf dich nö du stinkst so so ihr wisst ja dass ich einen kleinen Cut machen muss den mache ich jetzt auch gleich geht es weiter 3 3 3 lala da bin ich ja wieder da ja ja da wollen wir auch weiter mal juhu ich komme entgegen du sag für die Gerd ich finde dich nicht nur ich wollte ihn eigentlich mit dem Schuss weg du bist alt, vorhersehbar und hattest nie eine Chance wer wer bist du überhaupt du Vogel ey das will ich gerne mal wissen du weißt so viel über mich also welcher bist du sag es mir jetzt komm raus komm raus ich finde dich bergbärm du kannst nicht entkommen bist du hier sicher du kannst sie dich vor mir verstecken stell dich stell dich stell dich feinkling das wird mir schön aufdrucken wo bist du wenn man mal komm jetzt zu mir komm zu papa komm raus komm raus komm raus du musst keine Chance mehr nehmen da bist du ja es gibt keinem kommen es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei es ist vorbei das war's net man das war's net man mach ich doch folgt mir einfach bleib einfach stehen hat sie erwischt hat sie erwischt hat sie erwischt Er wird sterben. Du hängst mich nicht auf. Du wirst hier ohne sterben. Allein im Dreck. Okay. Du kannst dich da unten nicht verstecken. Meinst du? Wo steckst du überhaupt? Du kannst nicht entkommen. Stell dich feinklig. Verstecken erst nicht mehr. Da bist du heißer. Ja gut, da bin ich. Folg mir. Folg mir einfach. Fuck! So hätte es nicht enden sollen, Batman. Ich hatte gehofft, du würdest nicht mehr wehren. Leck mich. Du wirst eigentlich nur ein Arschloch, du. So. So sprichst du. Ah, links. Du kannst dich da oben nicht verstecken. Fällig aber. Eck, Stein, Eck. Eck, Stein. Oh. Stein, Eck. Ja. Meine Fahrkünste. Meine Fahrkünste lassen mir immer zu wünschen übrig. Ja. Du bist alt, vorhersehbar und hattest nie eine Chance. Ich so ein Zünder. Ey. Komm raus. Ich seh dich. Du siehst mich, ich seh dich. Ja, dich kann man ja nicht übersehen. Mach das. Wenn du Lust und Zeit dazu hast. Es gibt keine Kommen. Guck mal. Tats' weh? Hoffe ich. Äh. Skilltrow hat recht. Die Welt soll erfahren, was für ein wertloses Wesen du bist. Ich weiß das bereits. Und ich kann nicht mehr länger warten. Oh. Du kommst dir nicht weg. Stell dich feindlich. Keine Lust. Du hörst mir. Du hörst mir. Autsch. Ja. Warum aktiviere ich Spider-Bet überhaupt? Das war's. Das war's. Das war's. Was du hältst. Lebe wohl. Adios. Ich krieg hier langsam ein Herzkasper. Batman hat mehr Leben als Catwoman. Ich finde dich, Bergen. Ich finde dich, Bergen. Du kannst dich da unten nicht verstecken. Guck mal. Zeig dich endlich. Du kannst mir nichts. Hab dich. So, jetzt muss ich hochfahren. Ich bin dabei. Bin dabei. Juhu. Halt! Nee. Wo kommst du auf einmal her? Kein Ausblick. Ich hab's geschafft. Dich in die Ecke gedrängt. Getan, was kein anderer je vollbracht hat. All die Jahre, all die Feinde. Keiner versteht dich so gut wie ich. Glaubst du, Crane hat eure Kriff von selbst gefunden? Ich hab ihm von Barbara erzählt. Ich. Ich hab doch gesagt, dass ich alles über dich weiß. Aber keine Sorge, Bruce. Manche Geheimnisse überwache ich für mich. Ich hab Angst. Mein Auto. Du Wichser. Mein Auto. Das ist eine Runde. Also ich schweige mir nur für mein Auto. Nee. Ach, das gibt's nicht, ey. Das. Komm her. Kleiner Trost. Was sieht denn schön aus? Was ist das? Oh. 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 Das weißt du, oder? Ich kann machen, was ich will. Niemand schaut zu. Nur du? Ich sagte doch vor. Jetzt könnt ihr nicht mehr abholen. Habt ihr Angst? Habt ihr mich? Solltet ihr auch? Ach, da steht noch einer. Jetzt nicht mehr. So, da ist ja komm mal schon abholen. Ja, ja, gleich, gleich, gleich. Ich will mich nur ein bisschen hier nochmal umgucken. Okay. Was machen wir denn? Ich guck gerade mal auf meine Uhr. Aber ich sage mal, wir beenden jetzt diese Folge. Und die nächste Folge befreien... Wir haben ja Gordon vor uns. Befreien wir ihn. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir trauen unserem Bettmobil. Link... Bitte allerdings meine Schweigeminute für mein Bett... Ja, ich weiß, aber darf ich kurz abmoderieren? Bitte, danke. Jo, danke. Und bitte eine Schweigeminute für mein Bettmobil. Euer Gema, die Kurs sagt, zockt gut. Ciao. Ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Eric sitzt, mein nächstes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn du Lust hast, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook. Und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich. Lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut.